Die Mütter da draußen, von den Söhnen und Töchtern, die gerade in Mein Chef, aus was für einem Grund auch immer, ist mir auch scheißegal, fuck, Monte schreien, das geht raus an alle Mütter. Rino Auge gemacht, das kann ich ja selten. Okay, meine Alarm im Daumen, mein Rauchmelder ist einfach. Das war's komplett, Bruder. Geil. Ich hoffe, die Feuerwehr kommt jetzt nicht, Bruder. Sind die Dinger mit der Feuerwehr oder haben wir ihn verbunden? Ich glaube, hoffentlich nicht, Alter. Ich glaube, du bekommst Bescheid gesagt. Das ging raus an Papa Platte. Hier, hör noch mal ganz kurz zu, Papa Platte. So, in dem Sinne... Dinger, da geht der scheiß Feuermelder an, Alter. Ja, wenn jetzt hier gleich... Stell dir mal vor, die Feuerwehr kommt gleich, Bruder. Dann muss ich aber ganz schnell los. Dann mach ich einfach nicht die Tür auf. Ja, Moin. So. Von wem kam der Raid mit Fuck Monte? Von dem unterbelichteten, zopftragenden, verschwuchtelten Livestreamer-Papa Platte. Ja, das Problem ist halt einfach, Digga. Also erstmal... Da merkt man halt, dass Papa Platte nicht unbedingt so aufgeklärt ist, was Sexualkunde angeht. G-Mails haben keine Fotze, sondern einen Schwanz. Also... Ja, das glaube ich, weiß sogar mein fünfjähriger Neffe gefühlt, Digga. Dass G-Mails keine Fotze haben, sondern einen Schwanz. Also könntest du eventuell, Papa, dich auch oben operieren lassen zu einer G-Mail, dann hättest du auch endlich einen Schwanz. Denk mal drüber nach, Bruder. Und Gina Wilde anal... Wie gesagt, Digga. Ich weiß halt, was gut ist. Und Gina Wilde hat sich schon gut durchficken lassen. Da warst du noch ein flüssiger Gedanke im Sack von deinem Papa. Gönn dir mal ein bisschen Gina Wilde. Gönn dir mal zwei, drei Pornos von der. Und ganz vielleicht, Bruder. Ganz vielleicht wäre es dann auch mal so ein krasser Ficker, wie ich es bin. Ich geh den letzten, wo ich mitfalle. Oh, nein, nein! Oh, nein! Oh, nein, nein! Ah, look at the top of his head! Look at his lips! Bruh, look at this dude. Look at his hair. Looks like a gorilla brush. Tiltilt ist scheiße geworden. Immer fällt so runter, wie ein Fett sagt. Immer, Digga, das dritte Mal jetzt, dass ich an der Stelle runtergefallen bin. Immer falle ich runter, Digga. Ich hasse Tiltilt einfach nur noch. Nein, einiges tiltet in Ordnung, aber das Gebäude ist absolut wack. Ich fall immer, er ist schon wieder runtergefallen. Och, Mann, immer machen die Fotzen von der Seite Auge. Ja, super, 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 super. Ja, moin. Mann! Das, meine liebe Farbbobberin. Das war es ja wohl wirklich komplett. Medi, Bruder. Chip, Herr, Mino. Lol, 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 lol. Das ist das Frechste, was ich jemals gesehen habe. Habt ihr gesehen, wie er da durchgesprungen ist? Lol. 08-Pobberin. 12.